Okay, ich will kurz was gucken. Ah, guck mal, er springt uns hinterher. Das ist Herr Roboter. Ertrinken ist ungeil. Ich habe erst am Wochenende darüber philosophiert, ob Ertrinken wirklich ein Kacktod ist, weil theoretisch ist man sehr schnell bewusstlos. Okay. Hier ist es irgendwo. Aber wie komme ich dahin, Leute? Ihr müsst wissen, bei so räumlichem Verständnis bin ich ganz, ganz schlecht. Also hier irgendwo ist unsere Sidequest. Die ist quasi auf der anderen Seite von diesem Berg. Aber wie komme ich dahin? Jetzt pass mal auf. Da unten ist sie. Wenn ich jetzt da runterspringe, kriege ich Fallschaden, I guess. Spürst du den Wind in deinem Fell? Oder doch nicht. Easy geslidet. Schön. Schön, haben wir geschafft. Boah, hier kriege ich gerade ein bisschen Horizon Zero Dawn-Vibes. Wenn ich mir da die Gebäude so ansehe. Das ist die Subnautica-Station. Da drin zappelt Glebo herum. Bist du freundlich? Hallo? Ja, der ist freundlich. Guck. Wenn niemand handelt, wird die Welt mit der Zeit untergehen. Ja. Ist so. Das wissen wir alle. Du sollst gut auf dich aufpassen. Danke. Punzel, der war so flach wie dein Skill. Rotes Gardos. Moin. Hi. Was geht? Jeder Tod ist ein Kacktod. Aber es gibt schon Rankings. Trinity. Hi. Und das Brot im Stuhl. Hi. Was geht? Nicht nur bei räumlichen Verständniskörper. Ja, als ob. Doch, doch. Glaub mir. Ich habe heute Morgen nebenher mal anderen zugeschaut. Die verkacken mehrmals an früheren Missionen als du. Hm. I don't know. Ich glaube immer noch, dass ich würde mich als eine Mittel bis schlechte Spielerin einstufen. Was neue Games angeht. Games, mit denen ich vertraut bin. Sprich, Final Fantasy X. Würde ich sagen, bin ich einigermaßen besser. Okay. Wir müssen hier hin. Ich versuche es von oben. Da können wir jetzt runter, oder? Wir kriegen, glaube ich, kein Fall Damage. Ich hoffe, wir kriegen keinen. Dann können wir uns... Oh, schrecklich. Ich habe die Zunge in meinem Ohr gespürt. Dann können wir uns mal von ganz oben irgendwie runterschmeißen, wie bei Zelda. Ich habe das geliebt. Okay. Wie geht's ins Spoiler-Gebiet für mich? Das war's. Ciao. Oh, Flux spielt es auch? Oh. Oha. Viel Spaß. By the way, Punzel war vor zwei Tagen noch bei drei Gifted Subs. Oha. Bei drei. Und jetzt bei 17. Was ist da los? Kevin, hi. Hi, hi. Und Flux, danke für die 2000 Channel Points. Dankeschön. All diese Aushänge an der Tafel ergaben damals noch Sinn, als das Nass um einiges sauberer war. Faszinierend, was man früher hier so getrieben hat. Ich frage mich, ob irgendetwas davon noch Bedeutung hat. In der alten Zeit war das hier ein Hafen für Boote, die unter das Nass tauchten. Sie haben mitgeholfen, das Nass in Glibber zu verwandeln. Warum sollte man das Nass vermölen? Das wirkt egoistisch. Ah, beides gute Fragen und auch sehr philosophisch mal wieder. Sie werden so schnell groß. Von ganz oben runterspringen, meinst du eher Assassin's Creed? Habe ich auch gezockt teilweise. Ich glaube, die ersten drei Teile und dann noch ein Teil, wo meine Frau ist in der Karibik. Die habe ich gezockt. Ich würde sagen, bis Black Flag kannte ich gut die Teile. Schöner Satzbau. Aber danach nicht mehr. Gefühlt wurde es danach auch eine andere Reihe, oder? Habe ich gehört. Habe ich gehört. Die neuen Teile sehen aber gut aus. So. Rockefeller 2.0. Den verstehe ich nicht. Tut mir leid. So kennt man mich. Ich glaube, Jelken hat ihn verstanden. Und das ist doch alles, was zählt. Toxanol hat das nicht mit Absicht getan. Glaube ich jedenfalls. Für diese Sauerei haben ihre Maschinen gesorgt. Und hinterher haben sie nicht aufgeräumt. Hier sollte sich eine Spur befinden. Du musst nur die Augen offen halten. Ähm, Loser, wer die Augen offen hält. Sind wir nicht eine Katze? Wir können doch theoretisch super gut Spuren schnüffeln, oder? Machen doch Katzen. Okay. Habt ihr Subnautica gespielt? Ich nicht. Ich nicht. Oh, so toxic. Wirklich. Ich bin nochmal weg. Ja. War ein wirklich schönes Gespräch mit dir. Danke. So Leute brauchen wir nicht. Positive Vibes only. Auch in der Apokalypse. So. Nicht nur Jelken hat das verstanden. Jelken, Ehrenmann. Eins möchte ich sagen. Soraka ist ein Scheiß-Champ. M-m. M-m. Soraka macht selbst im Aram gut Damage. Soraka ist wirklich gut. Halte schnell dieses Monster auf. Welches? Ihr seht euch später. Warte, warte, warte. Da ist noch einer. Sammeln von Informationen. Und die Nettie. Hi. Was geht's? Hi, hi. Ähm. Jetzt ist erstmal Pause. Freut mich, Funfly. Viel Spaß in der Pause. Ähm. Wie sagt man da? Mahlzeit. Guten Morgen. Kann ich jetzt weiterschlafen? Nein, du hast dich jetzt dazu verpflichtet. Du hast Hallo geschrieben. Also musst du jetzt auch zugucken bis zum Ende. Sammeln von Informationen. Manche Zivilpersonen haben Informationen zu Geheimorten in der Nähe. Du kannst versuchen, die Informationen zu erfragen. Aber wahrscheinlich wirst du deine Hauptattribute einsetzen müssen, um sie ihnen zu entloggen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie die Informationen hergeben, ist dann viel höher. Schaffst du den Test allerdings nicht, verlierst du einen deiner Attributspunkte. Oh. Sagt, in der Nähe gibt es einen interessanten Ort, von dem niemand weiß. Aber jetzt sei nicht die Zeit, darüber zu reden. Okay. Das machen wir nicht. Warum erwähnst du das denn überhaupt? Wir könnten das machen. Überzeugen würde ich gerne. Ich glaube, dafür ist unser Charisma viel zu gering. Ich probiere es mal. Ist nicht sicher, ob du sympathisch genug bist, um es zu erfahren. Na, hör mal! Ähm, wenn du es mir verrätst, erzähle ich es nicht weiter. Berat es mir lieber, bevor du es vergisst. Dein Geheimnis ist bei mir sicher. Versprochen. Uh. Ah, was nehmen wir? Ich würde gerne das hier machen. Oh! Risiko Charisma minus eins. Kein Risiko. Und hier aber auch. Aber hier ist noch... Was machen wir? Ich bin verwirrt. Wollen wir es riskieren? Ich glaube, wir schaffen es nicht, ehrlich gesagt. Ach, Manno, ich bin aber müde. Ähm, Kaffee soll helfen oder Cola? Es sind jetzt fast drei Monate, keine Bundesliga-Spiele. Ich heule. Was soll ich in meiner Freizeit... Wie soll ich meine Freizeit nutzen? Twitch? Wäre eine Idee. Ansonsten Leak? Wie ist das Spiel bis jetzt so? Ähm, Azabuka? Hi! Ich finde das Spiel geil. Richtig geil. Das Kämpfen macht so Spaß. Ich habe mich für den Richtigen entschieden. Ich bin auf Nahkampf, aber habe halt auch eine Fernkampfwaffe. Aber ich habe halt Doppelwaffen. Richtig nice. Gefällt mir sehr gut. Ja, safe. Ich spiele LOL. Ah, ich glaube, wir können es noch nicht risken, oder? Sag mal das. Sag mal, du wirkst vertrauenswürdig und kannst es eigentlich erfahren. Oha! Pock! Dankeschön. Es ist gut, dass du und der Lotus-Stamm Unterschiede aufweist, weil sich Gegensätze ergänzen und Licht nicht ohne Dunkelheit existieren kann. Terranigma-Vibes. Versteht, dass du beschäftigt bist. Ja. Ich muss ganz dringend pinkeln. Aber ich finde keinen Wegweiser. Pippens. Okay. Das nächste ist super weit... Ist super weit weg. Habe ich gerade einen Heal einfach gewastet? Ist das gerade passiert? Da vorne sind Gegner. Oh, hier sind Gegner! Oh mein Gott, die habe ich nicht gesehen. Gute Tarnung. Okay. Sind erst Level 4. Also easy. Gar kein Problem. Der ist Level 6. Mhm, schön. Der Sound dazu. Nein. So, pass mal auf. Wenn Gegner manchmal sowas Weißes über dem Kopf haben, wie jetzt, dann muss man LB drücken und dann kann man so eine Sequenz erzeugen. Das ist ganz nice. Noch mehr Gegner? Da war noch einer, oder? Da war noch einer, oder? Oh nein. Ja, da habe ich nicht reagiert. Sehr schön. Kollege? Hat er mich gerade gedone-walled? Er hat mich einfach ignoriert. Was ist mit dem los? Okay, dann halt nochmal. Was ist denn mit dem? Warum ist der so komisch? Hm, okay. Ein Zungenkribbler. Wir nehmen den mit. Komischer Kampf. Ich habe die Gegner nicht gesehen. Sind komplett untergegangen. Okay, genau. Ich wollte... Ja, oder? Schau mal auf die Karte. Denn unser nächstes Ziel ist halt... Wo ist denn das? Da oben erst. Und hier ist die Hauptquest. Nee. Aber hier wäre halt der geheime Ort. Lass da hingehen. So. Nisaro, geh arbeiten, dann kannst du bei Punzes haben. Ich trinke keinen Kaffee. Hab nur zur Arbeitszeit einen Eiskaffee getrunken. Boah, Eiskaffee ist so geil. Eiskaffee kommt straight aus dem Himmel. Richtig nice. Oh, schöner Sonnenuntergang. Romantisch, Chat. Romantisch. Okay, dafür brauchen wir wieder unsere Faust. Das war so. Aufladen. Nochmal. Wann kommt Unreal Tournament? Da muss ich dich enttäuschen? Wahrscheinlich nie. Bevor ich jetzt wieder irgendein Datum nenne, um einen Joke zu bringen. Und dann gibt es das Datum wirklich und ich muss es dann wirklich streamen. Nee, 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 nee. Chaos, hi. Was geht? Radiumsirup. Om nom nom nom. Ich mag keinen Sirup, ne? Mag ich nicht. Na gut. Na gut. Dann wollen wir jetzt die Hauptquestfighter machen. Ich find's komisch, dass ich keine Wegweiser mehr hab. Gefühlt hab ich einfach schon Dutzende verpasst, glaub ich. Naja. Brainlag. Oha. Ja, genau. Wir können jetzt Clips einsenden. In-Chat. Ohne dafür getimertet zu werden. Pock. Ja, welch dunkle Nacht. Mal gucken, ob das eine gute Idee war. Der redet gar nicht mit uns. Okay. Da ist Loot. Royal Rugby. Ist nicht gut. Mal verkaufen. Was ist das hier? Komm ich da irgendwie hoch? Das ist eine Leider. Kaffee ist nice. Ja, genau. Schwarzer Kaffee ist geil. Dopi. Nehme ich auch mit. Cappuccino würde dir vielleicht schmecken. Oder Kaffee mit Milch. Ja. Oder so Kaffee-Varianten von Starbucks. Die nicht mehr wirklich viel mit Kaffee zu tun haben. Aber so einen leichten Einstieg in das Kaffee-Erlebnis bieten. Ich krieg kein Geld von Starbucks. Para, das leicht. Auch Para verliert mehr als drei Viertel Leben. Das hier sieht nach Gegner aus. Das sind aber keine. Ich kann noch keine sehen. Wurde gespeichert. Okay. Oh. Da vorne ist was. Guck. Da vorne ist ein Reh. Oder so. Wenn wir uns dem Reh nähern. Können wir es dann erschlagen? Interagieren. Er fordert was? Coco Pip. Wer greift mich an? Der. Okay. Level 3. Da lache ich doch nur. Haut nah. Wie stark die Bäume im Wald duften. Noch ein Gegner? Okay. Wie ich mit den Waffen einfach da hochkletter. Was? 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 Habt ihr das Grit gesehen? Oh. Ich kann im Kampf nicht interagieren. Ich kann nicht looten im Kampf. Oh nein. Oh nein. Warte, warte, warte. Wo ist er? Hinter mir. Oh. Ey. Ich wollte ausweichen. Das lag an seinem riesigen Stab. Frech. Das ist frech. Einfach frech. Unerhört. Uh. Da ist noch was. Ringschrott. Hä? Okay. Okay. Okay, es ist manchmal noch ein bisschen buggy. La 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 la. Ah ah. Muss schnell mal auf der Arbeit vorbeischauen und einen gelben Schein abgeben. Die Nette. Okay. Ich hoffe, ich glaube, du hörst das nicht mehr. Aber trotzdem bis hoffentlich ganz bald. War schön. Und viel Erfolg dabei. Kasahut ist auch nicht gut. Lol. Die rhymende Bursin. Ich nehme aber alles mit, weil ich glaube, erstens haben wir unbegrenzt Inventarplatz. Und zweitens können wir das verkaufen. Und wir brauchen Geld auf jeden Fall. Ganz, ganz dringend brauchen wir Geld. Das ist ein Truck. Großes Energiepaket. Okay. Das war das, was wir, glaube ich, verbraucht hatten in dem einen Kampf. Was so unnötig war. Gut. Gut, gut. Da geht's noch rein. Na? Wo kann ich da hin? Von außen. Und Chaos. Hi. Was geht? Ich hab die schon vorhin gesehen. Was geht? Ein Plüschi. Oh. Plüschi ist gut. Macht aber Crit-Treffer auf 0%. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Theoretisch wäre der neue Hut besser. I guess. Hm. Filzige, ne. Doch, filzige Nock-Kappe. Ist trash. Ich brauch' einen Wegweiser. Ganz dringend. Ich muss mich erleichtern. Wir gehen mal gerad... Oh, ich hör' was. Ich hab' was Großes gehört. Hm. Geh' mal weiter. Hier. Da ist ein Häusle. Da war das riesige Monster, was ich gehört hab'. Ich hab' Schiss. Ich speicher. Der könnte böse werden. Wir sehen. Und da ist ein Häusle.